Hallo, ich bin Oliver Massucci und spiele Moses in Tribes of Europa. Ulrich ist aus Dark, hat natürlich eine komplexe Familiensituation mit drei Kindern und einer Frau, die er betrügt und die er in der zweiten Staffel mit einer anderen betrügt und in der dritten Staffel die andere wieder mit einer anderen betrügt. Das heißt, da gibt es eine komplexe Familienstruktur, während es bei Moses natürlich überhaupt keine Familie gibt. Das ist ein großes Geheimnis und macht die Figur eigentlich ganz stark. Persönlich bin ich natürlich ein absoluter Familienmensch. Ich habe drei Kinder, ich habe eine große Familie, ich habe ein großes Patchwork, in dem ich lebe. Und mein Papa ist Italiener und der kommt aus einem kleinen italienischen Dachdorf bei Napoli. Und da hat man immer große Gelage gefeiert. Ich glaube, dass der Moses besser zu mir passt. Ich glaube nicht, Ulrich passt zu mir nicht, weil Ulrich zu viel leidet. Ich glaube, dass er eine Freundin ist, dass er eine Freundin ist, dass er eine Freundin ist. Und wenn ich mich versuche zu erinnern, ob Ulrich einen Freund hat, hat er auch keinen Freund, glaube ich. Charlotte, mit der war er irgendwie arbeitsmäßig befreundet, aber mit der hat er dann auch eine Affäre angefangen. Also insofern sieht es bei Ulrich relativ düster aus, was die Freundschaften betrifft. Und bei Moses, da weiß man es nicht genau. Also Moses hat eine Freundin und der ist ja irgendwie erst mal abhanden gekommen. Und ansonsten ist er auch ein absoluter Einzelgänger. Also wir haben beide keine großen Freundschaften. Kann ich bisher nicht ausmachen, aber wer weiß, was da noch kommt. Ich bin doch eher ein Mensch, der gerne Freunde hat. Und da gibt es einige, ja. Ulrich in jedem Fall hat der größte Interesse bestätigt im Seitensprung. Das andere Interesse war mal das Interesse, seinen Bruder zu finden. Dadurch ist er Polizist geworden. Moses, es kommt nicht schon durcheinander, Ulrich und Moses. Aber Moses ist so ein Vintage-Geil. Der steht auf die alten Sachen. Und das, was übrig geblieben ist aus den 80ern, alte Dosenöffner, altes Zeug. Ich habe ein Interesse an Astrophysik. Ich mag gerne in die Sterne schauen. Ich interessiere mich für Wissenschaften, für Quantenphysik auch. Und habe ein großes Interesse am Gelage, an geomosischen Festen, auch an Alkohol. Ich trinke wahnsinnig gern und feiere mit vielen Leuten große Essen, die ich dann koche. Klingt mehr nach Moses. Ich sage ja, ich bin eher ein Moses. Also klar, Moses hebt auch mal gerne ein. Ulrich hat sich ja erst mal in die Krise begeben. Selbstverschuldet natürlich. Ist meistens so. Und dann brauchst du einen Krisen. Als Krisenmanager ist man, glaube ich, selber immer der Schlechteste. Da braucht man immer andere, die einem helfen, eine Krise zu bewältigen. Obwohl Moses natürlich sehr erfinderisch ist. Und hat irgendwie immer noch einen coolen Spruch auf Lager. Und dem traut man so zu, dass er aus jeder Situation irgendwie entschlüpft. Ich glaube, Moses hat das bessere Krisenmanagement, ganz sicher. Ich glaube, ich bin auch so einer, der sich da doch irgendwie noch rausfindet und Mama untertaucht und die Luft ein bisschen länger anhält und irgendwie ans Gute glaubt. Moses, der lebt ja quasi in einer dauernden Quarantäne. Also der hätte das wahrscheinlich nicht weiter tankiert. Ulrich wäre wahrscheinlich zu seiner Freundin gegangen. Er hätte sich über den Balkon, hätte sich Ulrich irgendwie reingehamstert. Hätte sich dort Corona geholt. Er wäre nach Hause gekommen und hätte seine Familie eingeschmiert. Ich glaube, das hätte, und dann noch die ganze Polizei hinten drauf. Das hätte, glaube ich, Ulrich gemacht. Ich hatte eigentlich ein ganz gutes Jahr. Ich bin viel umhergekommen, dann doch beruflich. Ich bin auch ein großer Europa-Fan. Ich liebe das, diese kleinen Staaten in Europa und auch großen Staaten, die aber alle so speziell sind, die alle was Besonderes haben. Da sehe ich mich auch mehr als Moses. Ich würde mal stark davon ausgehen, dass Moses in seinem Leben ganz Europa bereist hat. Dass der überall war, um zu gucken, wo es denn am besten ist. Also der hat sicherlich alles bereist, hat alles gesehen. Der hat viel gesehen, also zum Beispiel sehr viel. Moses ist ein großer Europäer. Und das ist ein großer Europa-Fan.